Das heißt Layers of Intimacy und es ist kurz nach dem ersten Lockdown in Österreich entstanden. Eigentlich geht es um das, wie ich mich gefühlt habe während des ersten Lockdowns. Es ist so eine Art Selbstportrait, in dem man sich jetzt nicht unbedingt selbst zeigt und ich habe die Fotos, es sind vier Fotografien und die habe ich in meinem Zuhause gemacht, wo ich halt auch diesen ersten Lockdown verbracht habe und man muss dazu sagen, ich habe wirklich ein großes Zimmer und so und es war eigentlich echt okay, aber es ist halt schwierig, weil für mich, wenn ich zurückblicke, ist die Zeit so total zäh und unendlich und ich konnte die Tage nicht mehr voneinander halten, weil man einfach am selben Ort ist, schlaft, was für die Uni macht oder arbeitet, Zeit, Freizeit verbringt und das ist eigentlich so das Kernthema, dass diese Entgrenzung des Lebens. Also ich habe das eigentlich alles mit Selbstauslöser gemacht und teilweise sind auch, also ich habe extra so Fehler drinnen lassen, wie das jetzt auch mal, ich schaue so links meinen Kopf rein oder die Haare, man erkennt es fast gar nicht, aber es ist so eine leichte Irritation und ich habe das mit so einem Spiegel, also rechts im Bild ist ein Spiegel, der halt dann meine Körperteile zeigt und genau. In vielen Installationen arbeiten ja sehr viel mit Audio, mit Musik. Hast du dich bewusst dazu entschlossen, hier keinen zu verwenden oder war für die Installation geplant? Ja doch, dass es diese Installation nie so in real gegeben hat, war es jetzt nicht geplant. Ich finde aber Audio eigentlich total wichtig und es wird also jetzt in diesem digitalen Raum, also haben wir entschlossen, dass ich eher so Alltagsgeräusche drinnen lasse, weil ich das heute dann viel authentischer finde. Also für mich persönlich war jetzt kein generiertes Audio, also wäre jetzt nicht das Richtige. Das heißt, du verwendest quasi den Alltags-Sound? Ja, den Atmos sozusagen, genau, die Atmosphäre, um dieses Reelle näher zu holen. Schön. Hast du dir irgendwas selber aus der Arbeit mitgenommen? Für mich persönlich, ich bin so ein bisschen oft leicht unkonzentriert und so und dann mache ich irgendwie 10.000 Sachen gleichzeitig. Einfach, wenn einem eine Idee gefällt, stick to it, also einfach dabei bleiben und weitermachen und weiterarbeiten und dann kommt am Ende, es kommt was raus.